Hier, das muss man sich mal vorstellen. Das Internet wird für mein Kind von Anfang an genauso selbstverständlich sein wie kochen, bügeln, putzen gehen und Pfandflaschen sammeln. Etwas untergegangen ist in den letzten Tagen ja ein Vorschlag von Wonder Woman. Ursula von der Leyen. Sie schlägt einen Verhaltenskodex fürs Internet vor. So eine Art virtuelle Supernanny. Wenn man ehrlich ist, ist das gar keine so schlechte Idee. Oft geht es in Foren und Blogs ja zu wie bei der Freien Union. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt überkorrekt sein muss. Und zum Beispiel schwarze Menschen eher schlecht in Fotos reinkopiert, nur um möglichst ausgewogen und eben politisch korrekt zu sein. Rauskopieren geht übrigens meist auch in die Hose. Aber diese zunehmende Respektlosigkeit hat natürlich auch was mit der Krise zu tun. Wie in der Wirtschaft mit Menschen umgegangen wird. Von einem auf den anderen Tag werden die einfach willkürlich vor die Tür gesetzt. So auch Nate in der neuen Webserie Odd Jobs, der seinen lukrativen Job verliert und jetzt zusehen muss, dass das a. seine versnobbte Freundin nicht merkt und b. er ihr trotzdem jeden Wunsch erfüllen kann. Nur gut, dass sein Mitbewohner Joe in Sachen Geld verdienen schmerzfrei ist und deshalb einige gute Tipps beratet, die der verzweifelte Nate wohl oder übel umsetzen muss. Okay, zugegeben, wir sind auch nicht immer nett, geradezu Politikern. Wir müssten uns da also eigentlich an die eigene Nase fassen. Das mache ich jetzt nur nicht wegen Viren, Schweinegrippe und so. Aber wir geloben in Zukunft hilfsbereiter zu sein, uns mehr in den Diensten des allgemeinen Wohls zu stellen. Zum Beispiel mit Linktipps wie Screen Jelly. Wo man sehr leicht sogenannte Screencasts produzieren kann. Kleine Videos also, die zeigen, was gerade auf dem eigenen Computer passiert. Um so z.B. technische Hilfestellungen zu geben oder auch eigene Probleme anschaulicher zu machen. Ja, viel zu oft sind es doch heute nur noch Roboter, die Menschen helfen. Etwa die von Healthcare Robotics, die die Umgebung für behinderte Menschen regelrecht anklickbar machen. So muss der Benutzer nur noch mit einem Laserpointer auf Gegenstände zeigen und der Roboter nimmt diesen Gegenstand dann auf und wartet weitere Instruktionen ab. Ja, so selbstlos wie diese Roboter sind allenfalls noch die Macher von The League of Moveable Type. Eine Website, die kostenlos Schriftarten zum Download bereitstellt. Fünf gibt es bisher. Und jeder ist aufgerufen, eigene Schriften beizusteuern. Wobei man auch den schönsten Font aus Sicherheitsgründen manchmal verschlüsseln sollte. Zum Beispiel bei Cripple. Einfach Text eingeben, mit einem Passwort versehen und verschlüsseln. Dafür muss man natürlich Cripple selbst vertrauen. Oder man versucht es mit Vanish. Immerhin ein Projekt der Universität von Washington. Mit Vanish kann man entweder online oder mit der kostenlosen Beta-Software Texte für z.B. E-Mails verschlüsseln, die der Empfänger wiederum nur bei Vanish lesen kann. Und die sich zudem nach einigen Stunden selbst zerstören. Gerade betrunken sollte man eigentlich nichts anderes mehr benutzen. So, und weil ich heute nett bin, gibt es noch völlig ohne Zusammenhang und roten Faden zwei schöne Animationen zu sehen. Und die erste hat übrigens auch keinen roten Faden. Es ist das, was der Macher einen kleinen Software-Test nennt, bei dem er echte Videoaufnahmen mit selbstgemachten Animationen kombiniert. Und das mehr als beeindruckend. Da fragt man sich, wie es aussieht, wenn er richtig loslegt. Im Animationsfilm Acro dagegen sieht alles noch etwas handgemachter aus. Acro ist die Abkürzung für das französische Wort accroché und bedeutet so viel wie abhängig oder süchtig. Und genau das sind die Männchen in diesem kleinen Film. Süchtig danach, immer und immer wieder dasselbe zu machen. Auch wenn es sie erkennbar keinen Schritt weiter bringt. So, und ihr könnt uns ja heute mal mit Screen Jelly zeigen, wie das bei euch aussieht, wenn ihr Ehrensenf guckt. Und was zum Beispiel das da ist. Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss. Ja hier, aber das ist doch Wahnsinn, oder? Da kann sich mein Kind selbst in 50 Jahren noch die alten Folgen mit mir angucken. Ja, und die neuen natürlich. Vielen Dank.